Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Media Maniacs Allerlei. Wir spielen wieder Elite Dangerous, sind hier unterwegs im System HIP 979183D. Hier gab es ja auch noch einiges zu entdecken. Genau, viele, viele Dinge, die wir noch nicht erforscht haben. Oh, und hier gibt es sogar einen Planeten mit einer Basis. Sehe ich das? Ne, ich glaube, das ist immer nur das normale Landezeichen. So, jetzt schalte ich nochmal die verschiedenen Dinge hier durch. Das sind alles solche Teile hier. Das ist ein Planet. Dann schauen wir uns das an, würde ich sagen. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir weiterkommen. Das heißt, ich werde jetzt mal in dieser Folge keine Landungen vornehmen. So, und jetzt müssen wir erstmal in den... Frameshift Drive Charging. Frameshift Drive, a.k.a. Super Cruise. 4, 3, 2, 1, engage. Um das hier ein bisschen zu beschleunigen. So, und da sehe ich auch schon wieder in dem Mond, glaube ich. Und das sieht zumindest wie zwei Brocken aus. Also, für dieses System müssen wir... Also, blub, 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 blub. Knoten in der Zunge. Für das System müssen wir wirklich richtig, richtig viel Kohle bekommen. Andernfalls wäre ich echt enttäuscht. naja, das ist wieder so ein kleiner Doppler die umkreisen sich gegenseitig, so wie es aussieht ein felsiger Eisplanet und dich nebendran hätte ich auch gern gleich so, du bist nämlich auch ein felsiger Eisplanet so, das sind wieder diese Dinger hier da haben wir noch einen Planeten es gab zwischenzeitlich wieder einen kleineren Patch der hat wohl einige Bugs behoben Anpassungen vorgenommen ich glaube es gibt auch einige neue Schiffe die uns aber jetzt aktuell noch nicht interessieren weil wir erstmal Geld brauchen und zwar Unmengen davon wir kennen ja die Schiffspreise die gehen schon mal in mehrere Millionen und ja ich hoffe einfach mal, dass wir dann wenn wir von unserer Erkundungstour unsere Expedition wieder zurück sind ordentlich Geld auf dem Konto haben und dann auch dementsprechend etwas investieren können eventuell in ein neues Schiff das wäre doch eine feine Sache was bist du noch ein felsiger Eisplanet die zwei da hinten habe ich auch noch nicht dann machen wir das auch gleich mal und dann schauen wir wirklich, dass wir mal weiterkommen damit es ein bisschen vorwärts geht ich hau noch mal meinen Scanner rein ob wir noch irgendwas entdecken felsiger Eisplanet und dahinter wahrscheinlich das gleiche so also wenn wir ein bisschen abgebremst durch die Gravitation ja du bist auch ein felsiger Eisplanet so was haben wir jetzt noch übrig nicht erforscht was bist du genau du bist das da und da haben wir noch was da haben wir noch einen Brocken du bist da ganz weit außen und dann sollten wir in dem System wirklich alles abgegrast haben also das war ja wirklich sehr 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 reichhaltig aber wie bei den anderen Systemen war da auch schon vorher vor uns jemand deswegen sind wir leider kein erster Kunde und du bist wahrscheinlich auch so ein Eisklumpen sein so weit draußen ja ein Eisplanet alright dann gucke ich noch mal auf die Systemkarte ob wir auch jetzt wirklich alles abgegrast haben wo irgendwas habe ich da noch Atmosphärentyp Eisplanet da waren wir gerade Zielpunkt Nö haben wir alles sehr schön das haben wir auch ok dann können wir tatsächlich weiter fliegen dazu erstmal auf die galaktische Karte und jetzt oh Gott genau Lupus Dark Region da wollten wir doch hin irgendwo zu einem von diesen beiden hier war es der oder war es der an und für sich ist es ja wurscht irgendeiner von denen da ach ne komm wir fliegen zu denen so oh Gott ja da haben wir noch ganz schön Wegstrecke vor uns und deswegen gucken wir mal dass wir jetzt vorankommen ich glaube da hinten sehen wir dann auch schon diesen schwarzen Fleck am Himmel das müsste dann der Zielort sein Geringe Sicherheit sauber ah guck mal das ist neu der analysiert jetzt schon den Ort zu dem wir hinspringen das ist ja auch interessant 4 3 2 1 engage also es gibt ihr seht es gibt immer wieder und die Animation sieht auch anders aus bilde ich mir ein oder ein bisschen verändert sieht die aus schick schick es ist da hinten der weiße Punkt zu dem wir tatsächlich wow also ich glaube wir haben jetzt am Ende des Tunnels wenn man den Sprung macht tatsächlich quasi den Stern reingetüdelt ins Spiel sag ich mal zu dem man dann tatsächlich hinfliegt das ist cool gemacht so und jetzt drei neue Objekte na gut das ist machbar ich tanke aber noch mal ein bisschen ich tanke aber noch mal ein bisschen okay dann fliegen wir mal raus so und dann erstmal zu dem Kameraden ich hoffe doch dass wir irgendwann mal einen Planeten oh was ist das da hinten das ist schon wieder der nächste Stern ich hoffe nicht dass der noch in dem System ist sonst muss ich da leider wieder hin so was haben wir denn hier diesmal gefunden vielleicht mal ein bewohnter Planet oder ein bewohnbarer die geben richtig viel Kohle auf jeden Fall ein Planet auf dem wir landen können aber das ist wieder so eine rote so und dann mal zu dem das hier liegt alles relativ nah beieinander oh ne das ist schon wieder eine ach leck mich doch am Sack das ist schon wieder ein zweiter ein zweiter Stern ach nö aber mein Ehrgeiz mein Ehrgeiz verlangt von mir dass ich da hinfliege das tut mir sehr leid ich verspreche euch auch nirgendwo zu landen in dieser Folge ich glaube unsere Mission zum zum Mittelpunkt unserer Galaxie äh ja wird noch ein bisschen dauern es gibt hier einfach viel zu viele Dinge von denen man aufgehalten wird so das ist auch so ein roter Klumpen und dann haben wir noch den da hinten und dann haben wir wieder eine längere Reise vor uns ach ja was ich echt schön finde ist dass man hier draußen wirklich relativ ungestört agieren kann also ist schon lange nicht mehr vorgekommen dass wir dass irgendjemand versucht hat uns zu überfallen vielleicht stoßen wir irgendwann mal auf irgendeine Alien Spezies das wäre echt ützig vielleicht kommt das mal mit irgendeinem größeren Update das wäre tatsächlich sehr sehr cool was bist du denn für einer jetzt gucke ich dann doch mal auf die Systemkarte ah ja Seltor ok wieder wurde es uns nicht vergönnt gut dann auf zur zum zweiten Stern hoppla jetzt hatte ich hier gerade ein paar Grafik Bugs ich hoffe meine Aufnahme kackt jetzt hier nicht gerade ab es gab nämlich schon wieder ein DxStory Update und da wissen wir ja das ist immer für eine Überraschung gut so oh ja das war wieder eine längere Reise das finde ich echt schade dass man da nicht hinspringen kann das wäre eine ganz coole Sache oder wenn man irgendwie sich für sein Schiff ein Modul kaufen könnte mit dem man so kurze Sprünge auch machen kann das wäre fein aber mal gucken was in künftigen Updates alles noch so kommt ach ja das dauert jetzt wieder irgendwie es gibt auch gar nicht so viel zu erzählen ich glaube in letzter Zeit ist nicht allzu viel Interessantes passiert bis natürlich bis auf die die sag ich mal E-Mail Affäre in den USA nächste Woche also zu Zeitpunkt dieses Videos wenn es erscheint ist es schon vorbei es sind ja die Wahlen in den Vereinigten Staaten und ja da wurden ja von Wikileaks unter anderem einige E-Mails veröffentlicht jetzt ermittelt auch noch das FBI oder wieder und ja die Clinton ist jetzt etwas in Bedrängnis geraten die sah ja eigentlich schon wie der sichere Sieger oder die sichere Siegerin aus doch jetzt in den letzten Umfragen hat dann der Donald ein bisschen ein bisschen wieder aufgeholt wird auf jeden Fall sicherlich ganz spannend so 8 Minuten sehr schön ähm ja wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein wie gesagt wenn dieses Video erscheint oder erschienen ist dann wissen wir schon mehr und ja auf jeden Fall eine sehr sehr interessante Wahl vor allem weil es ja hat man auch schon öfter Leute sagen hört eigentlich die Wahl zwischen Pest und Cholera ist das heißt das sind glaube ich beide Kandidaten sowohl er als auch sie die unbeliebtesten Präsidentschaftskandidaten die es jemals gab wäre jetzt eigentlich auch mal eine Chance gewesen für einen Dritten aus einer Dritten Partei vielleicht ein bisschen was zu reißen aber in den USA ist das halt sehr schwer mit dem Wahlsystem so und ich denke mir ich könnte jetzt hier noch kurz eine Partie eine Runde Quiz-Duell spielen bis wir da sind ich spiele gerade gegen Törtchen 83 die nächste Kategorie ist Medien und Unterhaltung spielen wir doch mal ähm was ist kein Grund für ein Spielende bei der Fernsehshow Wer wird Millionär? falsche Antwort ist definitiv ein Grund Zeitlimit freiwilliger Ausstieg das darf man Millionenfrage gelöst ich glaube Zeitlimit gibt es nicht bei Wer wird Millionär ne? richtig was geschah mit diesem Schauspieler? ah das ist doch der von aus diesem Cowboy-Film der ist glaube ich gestorben ja mit nur 28 Jahren richtig Heidi Klum wurde in einer deutschen Fernsehshow entdeckt wer war der Moderator? blb wurde sie das? keine Ahnung ich tippe jetzt mal Frank Elstner ach fuck Thomas Gottschalk was war das für eine Fernsehshow? ähm verrate es mir so es steht 6 zu 6 gegen Törtchen oh fuck jetzt muss ich gucken dass wir nicht zu schnell da sind Ich wähle noch eine Kategorie und zwar rund um die Welt So, wie heißt der höchste Berg Frankreichs? Das ist der Mont Blanc Wo befindet sich dieses Gebäude? Wir sehen im Bild die Hagia Sophia und die ist in Istanbul Und die Wellen, welches Meeresprallen an den Strands von Biarritz? Äh, oh Gott, ist jetzt, also es ist in Frankreich Aber ist es jetzt am Mittelmeer oder am Atlantik? Oh fuck, wo ist Biarritz? Scheiße, ich sag mal Mittelmeer Ach fuck, jetzt war der Atlantik Naja, okay 8 zu 6, jetzt darf Törtchen 83 wieder spielen So, so bringt mir die Zeit natürlich auch rum Da kann ich dann noch ein bisschen bei längeren Flügen immer noch ein bisschen Wissen vermitteln Wäre vielleicht auch eine Idee für die Zukunft, wenn ich nichts mehr zu erzählen habe Bei so langen Reisen Aber jetzt haben wir es ja gleich geschafft Und ich hoffe jetzt wirklich, dass es da nicht wieder eine Eine sehr sehr hohe Zahl an noch unerforschten Planeten gibt Sonst kommen wir hier echt kaum vorwärts Es wäre auch cool, wenn es irgendwie so einen Autoscanner geben würde Weil schon der automatisch einfach alle Planeten direkt scannt Weil es gibt höherwertige Scanner, das weiß ich Aber was die alles können Das kann ich nicht sagen Müsste ich vielleicht mal recherchieren So Wir bremsen auch schon wieder ab Und dann gucken wir mal Was dieser Stern hier zu bieten hat Sehen wir hier eigentlich schon irgendwo am Himmel Das Zentrum unserer Galaxie Hier links ist es so hell Aber ich glaube, das ist nur ein Spiralarm Nicht das Zentrum So So, liebe Sonne Bei dir können wir zumindest wieder tanken Oder noch ein bisschen tanken Wir sind ja fast voll Ach ja Das Spiel ist schon echt schön Also Da kann man gar nichts sagen So Dann fang doch mal zu scannen an Wie wäre es Oh fuck Wir sind zu schnell So Dann haue ich auch mal meinen Scanner raus Ein Objekt, okay Ein Planet Ja gut, das ist machbar Dann gucken wir noch was das da ist Und dann fliegen wir weiter Beziehungsweise ich gucke dann noch mal kurz auf die Systemkarte Aber ich gehe mal auch davon aus Ne, ne Wir haben ja schon gesehen Dass dieser Dieser Stern schon Von diesem anderen Typen auch entdeckt worden ist Von daher Werden wir wahrscheinlich auch bei dem Planeten hier kein Glück haben Ich möchte unbedingt meinen Namen hier in diesem Spiel verewigen irgendwo Und die Chance sollte doch eigentlich recht groß sein bei diesem Riesenspiel Ein Eisplanet Hurra Okay Und dann Weiter im Text Ah Wir fliegen Dahin Ach ja So Swoosh Ich glaube dieser Dieser schwarze Fleck da rechts Das müsste glaube ich unser Zielort sein Frameshift Drive Charging Spekuliere ich jetzt einfach mal Können wir mal beobachten Ob dieser Fleck dann auch immer größer wird Je näher wir kommen Müsste eigentlich 4 3 2 1 Engage So Jetzt bekommen wir wieder eine schöne Fluganimation Und die ist echt neu, ne Ich erinnere immer diese kleinen blauen Lichtpunkte Die vorbeifliegen Die gab es vorher noch nicht Bild ich mir zumindest ein Und da vorne ganz am Ende seht ihr dann auch den Punkt Und ich glaube der wird auch immer heller und immer größer Also zumindest heller Und dann wissen wir auch ungefähr Wann wir da sind Oh ja Oh halt Nicht so schnell mein Freund So ich hau da mal raus Schon wieder Objekte Okay Dann bringen wir das mal schnell hinter uns Schnell raus da Nicht dass wir zu viel Sonne abkriegen Okay Und das nächste System Das hieß dann irgendwie anders Es war also kein Kohl Sektor irgendwas mehr Sondern Paria oder irgendwie sowas So Und hier haben wir wieder Einen Planeten Einen Mond So wie es aussieht Oh eine Wasserwelt Oh eine Wasserwelt Bam Ist das nicht das was wir immer gesucht haben So das schaue ich mir gleich mal von näher an Und auf dem könnte ich sogar landen Sehe ich Landmassen Oder ist das nur Wasser Aber in der Wasserwelt müsste eigentlich sehr teuer sein Habe ich sowas überhaupt schon mal gesehen Wir sehen einen Eispanzer Aber keine Landmasse Okay das scheint wirklich nur Wasser zu sein Und ein Eispanzer Aber keine Landmasse Aber Wasser Das ist schon mal Eine coole Sache Dürfte was wert sein Auf jeden Fall So Dann tingeln wir nochmal da hin Und hier gibt es jetzt Ja Keine Weitere Sonne Das ist schon mal gut Keine weiteren Ablenkungen Komm Gib Gummi Vier Drei Zwei Zwei Eins Okay Wer oder was bist du Planet mit hochwertigen Mineralien Das ist auch immer nicht schlecht Und dann hatten wir noch Und dann hatten wir noch den Kameraden hier Und dann können wir auch schon weiter fliegen ins nächste System Da werde ich mich vielleicht auch mal auf der galaktischen Karte umgucken Vielleicht gibt es ja tatsächlich auch noch hier draußen irgendwo ein bewohnbares System Da könnte man nämlich schon mal ein bisschen Ein bisschen einkassieren Und unseren Kontostand erhöhen Oder ist es wirklich so dass der besiedelte Raum der Galaxis wirklich nur dieses Sag mal dieses kleine Stückchen Ist wo wir uns aufgehalten haben und alles andere ist wirklich umgesiedelt Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen Ja wir werden sehen Ob wir mal irgendwas Irgendwas finden Ich meine wir haben jetzt hier auch noch nie irgendwie andere Raumschiffe oder so gesehen Das fällt ja immer gleich auf Also in letzter Zeit waren wir doch immer alleine unterwegs So und was kannst du Ein Eisplanet Alright Dann geht es weiter Hier zu Präa Und da ist wieder das schwarze Loch Geringe Sicherheit Wie sollte es auch anders sein Was auch neu war ist dass er sich jetzt hier so automatisch selber ausrichtet auf die Mitte Und dass wir dann wirklich nochmal Ich finde das echt cool Dass man jetzt hier wirklich so im Fokus In der Mitte des Bildschirms Den Stern sieht zu dem man hinfliegt Und der dann auch tatsächlich Näher zu kommen scheint Oder heller wird zumindest Das finde ich echt cool gemacht Sieht sehr sehr fein aus So ich gehe nochmal ein klein bisschen näher ran Sieben neue Objekte Oh mein Gott Warum Oh und wieder eins so weit weg Jesus Aber das sind glaube ich Zum großen Teil Nur solche Ja Nur so Meteoriten Dinger Ich glaube das auch Okay Dann haben wir nur Nur in Anführungszeichen Dieses Teil zum hinfliegen Schlimm genug Dann mal auf Auf und davon Genau Halt Falsch Da wollte ich jetzt gar nicht hin So wir gucken trotzdem mal auf die Systemkarte Naja aber Das sieht auch nicht so aus Als wäre hier ein Planet Außer man sieht die hier natürlich noch nicht Entdeckt von Infineon Und das hier entdeckt von Antec 1997 Also wieder kein Glück Und jetzt schaue ich dann auch nochmal auf die Galaktische Karte So wir sind jetzt gerade Hier Und wenn ich jetzt mal Auf die Ansicht Gehe Gibt es hier irgendwas mit einer Bevölkerung Hat das eine Bevölkerung? Ne Null Dann stimmt das aber nicht Das scheint hier alles leer zu sein Wirklich Guck mal Ich kann die leeren ja rausfiltern Hier gibt es echt nichts Nur die leere Faszinierend Tja da wird es Also nicht mal unabhängige Systeme Wow Okay Und hier ein bisschen Bevölkerung Na der Filter Der funktioniert irgendwie nicht so ganz Na gut Was Oh Gott Wir sind schon dran vorbei Jetzt ohne Scheiß Was? Moment Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein Hä? Hä? Nicht bin ich dran vorbeigeflogen Ich dachte schon Das war jetzt nur noch irgendwas anderes ausgewählt Das wäre jetzt witzig gewesen So mal gucken Oh ja Wir haben wieder Ein Quizduellgegner Beziehungsweise Oh diesmal jemand anderes PaulPanzer1 Okay PaulPanzer Gegen den habe ich heute auch schon mal gespielt Zwischenstand ist Oh Törtchen hat auch gespielt Aber Zwischenstand gegen PaulPanzer Wir führen 10 zu 6 Es kommt die letzte Runde Macht und Geld Also haben wir schon gewonnen Wo findet jährlich das World Economic Forum Auch World Wirtschaftsforum genannt statt? Das ist glaube ich immer in Davos Richtig Was ist bei den meisten Streitfällen In der deutschen Rechtsprechung Für den jeweils zuständigen Gerichtszweig vorgesehen? Mehrere Finanzen Mehrere Diskrepanzen Mehrere Instanzen Achso, ja klar Instanzen In welchem Land verbreiteten die Roten Khmer im späten 20. Jahrhundert ihren Terror? Das müsste Kambodscha gewesen sein Jawohl Alles richtig Wir gewinnen damit gegen PaulPanzer 13 zu 8 Bekommen aber nur einen Punkt Das heißt der war nicht so hoch gelistet Und jetzt Törtchen hat auch mittlerweile gespielt Wir führen 8 zu 7 Nächste Kategorie Glaube und Religion Wer bringt vielen italienischen Kindern in den meisten Regionen des Landes in der Nacht vom 5. zum 6. Januar Geschenke? Oh Na Silvio Berlusconi ist es nicht Lucia Also es gibt Lucia Das weiß ich Aber bringt ihr auch die Geschenke? Oh fuck Was Befana Was zur Hölle ist Befana? Hm Weiß ich nicht Wie nennt man monsterähnliche Figuren des japanischen Volksglaubens? Das sind die Yokai Da gibt es ein schönes Spiel Yokai Watch heißt das Für den Gameboy glaube ich Oder Nintendo 3DS Wie es mittlerweile heißt Wie nennt man seit dem Beginn der Neuzeit ein Handbuch der Unterweisung In den Grundfragen des christlichen Glaubens? Äh Die Moralkladde Unterweisungsbuch Katechismus Ist es die Bibel? Ne Katechismus Ja gut ich hab's richtig noch gemacht Bibel schien mir jetzt irgendwie zu einfach Okay wir führen 10 zu 9 gegen Törtchen Letzte Runde Entscheidende Runde Ich wähle Oh Gott das sind nur scheiß Kategorien Ich wähle Boah Kinofilme Aber Hm ich weiß nicht Wer schrieb Wer schrieb das Drehbuch zum Film Joel der Weg Wofür er im Jahr 1982 Also vor meiner Zeit die goldene Palme erhielt Äh Keine Ahnung man Das war Barman Gobadi Scheiße Yilmaz Güney Super Wer spielte 1978 die Hauptrolle im Midnight Express? Mann woher soll ich das wissen? Äh Das war Brad Davis Yeah Richtig geraten Geil Und mit welchem Werkzeug ist der Superheld Thor nahezu unbesiegbar? Und das weiß ich mal Das ist nämlich sein Hammer Damit haben wir uns glaube ich mindestens ein Unentschieden gesichert Ja Und jetzt hoffen wir mal das Törtchen nicht alles weiß Gut Sehr schön Und da sind wir auch schon wieder fast da Und die Folge ist auch schon wieder bald am Ende Naja immerhin Wie viele Sprünge haben wir jetzt gemacht? Drei Aber immer noch drei Zehn Bleiben übrig Und jetzt hoffe ich mal echt Dass hier kein weiterer Planet ist Aber das ist schon wieder so eine So eine Ich sag mal so eine wohnliche Sonne Also könnte es durchaus sein Dass es hier wieder das ein oder andere Den ein oder anderen Himmelskörper gibt Und da wir am folgenden Ende sind Wenn ich einen finde auf dem ich landen kann Dann tue ich das vielleicht noch schnell In der Hoffnung dass wir vielleicht mal auf einem Planeten Irgendwas cooles finden Gibt es ja jetzt seit dem letzten Patch Irgendwelche Alien-Artefakte Oder sonstiges Das wäre ganz fein Vielleicht hätte ich einfach diesen Mond von dem Wasserplaneten Da hätte ich glaube ich drauf landen sollen Da hätte es bestimmt irgendwas gegeben Ich meine wo Wasser da irgendwo leben Ich bin ja mal gespannt Ob ich in Zukunft dann auch mal die Liste der Planeten Auf denen man landen kann erweitern Oder man muss ja nicht mal drauf landen können Es wäre ja auch schon cool Wenn man einfach nur Über der Oberfläche fliegen könnte Boah du bist groß Du machst mir Angst Achso wir sind ja schon voll Ups Dann hau ich mal meinen Zwei Habt ihr es gesehen? Zwanzig Oh warum Oh man Ich gehe hier nun mal raus Okay Jetzt schau ich mir das mal auf der Systemkarte an Was Was Sind das alles nur solche Dinge? Nee oder Oh Oh tatsächlich Oh tatsächlich Das sind alles nur Steinhaufen Na gut Das ist dann Das ist schön Dann können wir nämlich weiter fliegen Nichts wie weg hier Zu Präa EUQ MMV B2 3 Auf geht's Was heißt dann eigentlich immer dieses sauber Geringe Sicherheit ist klar Aber was heißt sauber Hm 4 3 2 1 Engage Bär Na wo ist unser Zentrum Ah da hinten kommt der War das jetzt ein längerer Flug Der ist aber auch nicht so hell wie die anderen Interessant Ist das jetzt irgendwie vielleicht so ein Zwerg Oder irgendwie Nee Okay Ist trotzdem wieder so ein Teil So Ich hau wieder raus Keine neuen Objekte Das ist schön Aber was ist das dann hier Oh Okay Es gibt wieder mehrere Sonnen So ein Dingel hier Ein brauner Zwerg Oder das ist ein roter Riese Ich vercheck das immer Und dann haben wir noch einen anderen Und der ist wieder etwas weiter weg Okay Aber das passiert doch nicht mehr in dieser Folge Aber den da hinten Und den schaue ich mir nochmal an Und dann haben wir insgesamt noch 12 Sprünge Okay Wer oder was bist du Und hast du irgendwelche Gestürne die dich umkreisen Da sehe ich doch schon einen Da sehe ich doch schon so einen Bubbel Links Seht ihr es Wie er vorbeischwebt Der Sack Ich sehe sogar zwei Ich bleibe jetzt hier mal ein bisschen auf Distanz Dann haben wir es nicht mehr so weit Also okay Was bist du für ein Kamerad Warum hat der drei Objekte gesagt Oder hat er noch die andere Sonne gemeint Okay Auf dir kann man landen Und du bist Also wenn man jetzt auf dem landen kann Dann tue ich das noch In dieser Folge Der sieht interessant aus Der hat so Ausgetrocknete Flussbette Komm gib Gas So Dann scannt doch mal Was kannst du so Und kann ich auf dir landen Planet mit hochwertigen Mineralien Ich kann nicht auf dir landen Okay Dann lande ich doch auf dem anderen Kameraden hier Das tue ich dann noch Und dann können wir uns am Anfang der nächsten Folge Dann noch ein bisschen umschauen Und dann haben wir wieder eine längere Reise vor uns Zum nächsten Gestirn Oh Gott Ich bin wieder zu schnell Da guckt man einmal Nicht auf dem Bildschirm Sondern woanders hin Und schwupp Ist man schon vorbei So Das ist wieder so ein roter Lümmel Okay Das Tempo noch ein bisschen reduzieren Oh der sieht aber sehr hübsch aus Haben die die Textur irgendwie erneuert Orbital Flight engaged Okay Halt Zu schnell Ah super Ach kacke Ach kacke Ach Warum kriege ich das nie hin Jetzt baut uns der FSA wieder Bis er abgekühlt hat Komm ich gehe jetzt hier mal in den Sturzflug Frameshift Drive Charging So Ich will doch gar nicht fliehen Oh Gott Oh Mann Dann machen wir das halt so Oh das kostet jetzt wieder Zeit Tja Wer zu doof zum fliegen ist Der muss leiden So Dann machen wir es halt mit Mit Booster und Sturzflug So Noch 18 Kilometer Jetzt sind wir schon langsam bei Reiseflughöhe Okay Kostet das eigentlich mehr extra Sprit Wenn ich sowas mache So Oh hui Da sehe ich doch schon Brocken Dann sind wir da Sehr schön Und dann würde ich sagen Was ist das auch mit dieser Folge Ich hoffe euch hat Spaß gemacht Wenn das der Fall war Gerne Däumchen nach oben Kommentar oder Abo Da freue ich mich sehr drüber Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Wenn es wieder heißt Media Maynix allerlei Wir spielen Elite Dangerous Macht's gut Bis bald Und Servus Servus Und Ja Ja Bis zum nächsten Mal.